Dann denk sie so noo, und nur so nooo ich sehe was die innen ist Was kann ich denn dafür? das wird morgens ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich wollte schon immer mal Team Thomas heißen. Ich geh immer noch mal ne Zeitreise machen. Zeitreise? Das ist ne Kistenreise. Wenn du willst, kommen wir weiter. Hör auf. Mitron. Ja. Das liegt lach an mir. Entschuldigung. Oha. Ah ja. Hast du den Opa klein gemacht? Ja. Kann ich dir helfen? Dann geh mal weg. Oh. Dankeschön. Ähm. Äh. 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 Das sieht aber nicht sehr gesund aus, mein Freund. Wie hast denn das denn gemacht? Origami-Falten für Anfänger oder was? Sieht eher aus, als hätten wir keinen Schüler... Äh. Wir haben einen. Wir haben einen gebracht. Ja. Ja genau. Ja, ne Bombe. Ja. WTF. Ja. Ich würd mal sagen, Team Schwarz hat eindeutig gewonnen. Ja. Mit Schiebung. Eindeutiger Schiebung. Äh. Hallo. Kann man jetzt hoppen? Ja. Da. Da. Okay, jetzt hast du... LOL. Hier schreib mal einen bei... LOL. Ja, mach mal bei Harry. Haben wir schon. Haben wir schon. Alles klar. Sehr interessant. Alter, ich hab das Gefühl, du krabbelst und kriecht überall. Ja, das geht immer genauso. Das ist nicht so. Das ist die Schlagerparade. Das ist die Schlagerparade. Ja. Ja. Das waren wir alle. Boah, ihr Muschis. Und ich bin geblendet von der Schönheit dieses Ladekassels. Kasselsp Blick. Jaja. Das Pflaster ist ab. Ja. Wir machen mal ein neues drauf. Jo. Ooohhhhhh Nein. So jetzt sind wir in der Gegenwart. Ich lauf schonmal. weil du so zu laufen. welches finanzielle ich schnaff aber auch immerin die richtige gestion gerade na, Hermine wenn man man hie? Okay, weiter! Ah so, natürlich! Haha! Tchung! Geweck da! Aha! Fuck! Ach Ron! Au! 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 Es hat mir überhaupt das Gefühl, weil... Ich bin auch schon... Eigentlich, sagen wir mal so, weil wir tätern müssen. Es ist für mich sehr beruhigend, sonst würde ich sagen... Hä? Ah! So funktioniert der Scheiß. Ne, brauchst du nicht Sascha, aber wie gesagt, wenn irgendwas ist, dann gehen wir sofort los, und wir wollen die Krankenhäuser, und wir wollen die Krankenhäuser, da bleiben wir ganz locker. Aber wie gesagt, das sieht klasse aus. Am Anfang wird geschwollen aus, und auch nicht gelblich, ich habe... Ist schon... Servus! Habt ihr's alle gehört? Yes! Äh, entweder die haben das jetzt alle gehört... Ich hab'n dicke Fuß! Ich hab'n dicke Kopf, ich hab'n dicke Fuß! Stopp! Den... Schülern machen wir noch nicht! Wir machen erstmal ein bisschen... Neeeeeen! Das ist ja... Unterricht! Hermine! Du lernst! Ja! Ja! Ähm... Ja! Oha! Wir alle nennen sich ein Zauber! Ja! Mir sagt keiner was! Ihr seid Hähnchen! Ach, der blickt ja noch darunter her, da bleibt man da unten liegen! Bam! Bam! Oha! 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 Drei von sieben! Na! Ja! Mann! Beweg' dich nicht! Beweg' dich doch mal nicht! Toll! Zu spät! Schuss! Jawohl! Äh! Wer bist denn du? Ach der Käfig! Natürlich! Der Papugei! Papugei! Jawohl! Oha! Sechste! Noch nicht den Schüler machen! Mach's doch noch nicht! Das ist mir ja alles so... Bist du noch was? Nein! Wie komm' ich hin? Das will ich jetzt wissen! Ich will auch! Oha! Da ist ein blauer Stuhl! Harry! Ja! Komm' mal hierher! Komm' mal runter Stuhl! Stell' dich mal auf den Stuhl hier! Okay! 1 von 4! Gemerkt! Oha! Der ist ja irgendwie da so ein Irrbleib da oben stehen! Und jetzt spring' mal hoch! Wohl! Bling! Bling! Das ist juckisch, ne? Bling! 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 Von allen Seiten! Von allen Seiten! Wohl! Jawohl! Hast du alle Lampen angemacht? Und Schlappernzug! Jawohl! Sehr schön! So! Ähm! Ist der Schüler da noch? Ja, der Schüler lebt noch! Huch! So! Und dann machst du den Schüler da hinten! Okay! Den Goldenen steigen? Wollst du den Goldenen steigen? Oh ja! Was soll das? Das ist die 85! Bam! Mist! Und ich war da weg mal! Ah! Und wir haben Reducto! Und das ist der, das ist zum Beispiel der Zauber der für diese silbernen glänzenden Sachen war! Verstehe! Die können wir jetzt alles zerstören! Das klingt sehr gut! So! Wir können uns sogar bewegen! Wir haben den Unterricht ja beendet! Wir haben mit einer 1 bravourös geschafft! Ja natürlich! Weil wir es können! Weil wir einfach geil sind! Ihr Applaus ist gerechtfertigt! Danke! Bitte! Alter! Gucken wir mal die Katze hier! Alter! Mietigkarte! 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 Ja! Hier fehlt sowieso was! Das fehlt! Lul! Äh! Versuch mal! Das ist hochzuschieben! Mietigkarte! 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 Ah! Wuhuuu! Was hat die Kugel da unsere besuchen? Die Kugel besucht? Die Kugel besucht schon mal keinen Leute! Ja! Mach dir irgendwas doch mal! Ich hab's gewusst! Wir kannst aber schon zerstören! Du sollst nicht mich zerstören! Ich wollte auch nicht zerstören! Ich wollte auch nicht zerstören! Hey! Ich wollte auch nicht zerstören! Die Kugel macht gar nichts! Ja, was ist er so richtig! wohl ja jetzt an der unterricht jetzt geht's los hier jetzt mal die burg endlich können das türchen auf die zauberfee nein man sollte den schlüssel dann schon in das loch stöpsel genau und das werden jetzt auch gleich besichtigen natürlich alles können auf jeden der europa ab die dessen sich mal aus dem mann mal das hier um irgendwas ja hier oben leuchtet was ab mit ihr mir helfen Ich lass mich total abdenken, aber da oben ist was. Na gut, komm mal dahin. Eh, denk fest. So, ich komm nochmal zurück. Wer ist? Ich werd einfach rausgeworden. Was ein Service! Dann machen wir sie ein bisschen ein. Boah, hab ich schon ein großer Raum hier. Oh nein. Och nö. Riss geht ab. Runden. Guck an, statt ausnahmsweise mal Unordnung zu machen, machen wir Ordnung. Ach, der kann nix lesen. Die Brille steht hier überhaupt nicht, Junge. Ich kann nicht lesen. Au. Aha. Ja! Oh, wie geil! Domino Day! Und? Juuu! Ich bin beglückt. Guck mal. Ah! Ja, das kann auch für die ganze gesamte Burg sein. Hm? Also, die können die ganze Burg anzeigen. Wie kommen wir denn da hoch? Wenn du mir mal aus der Linse gehst. Kann man auch kurz gucken. Okay, okay, okay. Ähm. Hm. Frau Müller! Ja, bitte. Ach, das Bild. Irgendwie verrät man das Bild aber so unten. Da fehlt was. Können wir dir irgendwie helfen? Ja! Zum Teufel. Ein tanzendes Skelett. Sehe ich ja oft. Servus. Und die Fleder. Ah! Ja! Lass den Obsteller fallen. Ravenclaw Matchen. Ah, Mitchell's Sprachen. Geht mir hier ganz schön auf den Keks. Mach's schrapp. Will? Hä? Ich muss mich rüber. Ich komme jetzt in den Balkon nicht aufmachen, oder was? Alter! Ja! Okay. Ähm. 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 Du? Ja, genau. Ihr wolltet die ganze Zeit rumtanzen. Gott sei Dank. Haut ab. Geht mir auf die Zwiebel. Okay. Wie wär's denn mal, wenn wir hier mal uns um den Zaubertrank kümmern? Ja, dann. Ich nehme die Banane. Ach so, da ist alles da. Ehm. 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 Ich hab gedacht. Wo ist denn hier nochmal? Hier fehlt noch was. Eine Zutat fehlt noch. Schlange? Äh. Ne. Äh. Der Busch. Dabusch. Ist die Schlange? Äh. Hemida. Okay. Wo ist Dabusch? Wer steht hier drin? Nein. Da kommen wir gar nicht rein. Deswegen müssen wir uns, äh. Sehr sorry, ja. Ja. Muss ich mehr halten? Ja du. Was zur Hölle? Oh. Natürlich. Hm. Ja. Ja. Legohumor. Rätsel auf Lego-Arts sind auch nicht immer einfach. Da müssen wir da hoch. Jawoll! Susan Bones! Freigeschaltet! Woll! Sauber! So, film mal, Amina. Ach, das ist ein Alter auf mich dran. Fahrst du auf der Geholspur! In deinem Alter? Boah, ey, boah, mir wächst von der Bart, ey. Der schnellste im Goldstuhl. Boah, ich schaff's. Ich schaff's. Ich muss über das Buch laufen. Früher konnte ich über das Buch gehen. Jetzt muss Strom rumlaufen. Ja, 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 ja. Und jetzt wird er da. Ja, ja. Oh, ich hab's geschafft. Was denn? Ich muss mir das mal auf meinen Sessel setzen. Du brauchst das Unterstuhl. Höhe?! Alter! Wie cool! Was ist denn diesen Teil, ey? Spür! Da oben ist ein Schein was. Ja! Mach die Tür ab, du Scheissstuhl! Ich schrammel dich! Äh, du so! Genau! Ach, das wollte ich hier und bleib stehen! Und zaubern wir nicht! Natürlich Ron! Dann machen wir uns hin zu zweit! Ähm... Ich... Ich... Äh... Ich brauche mich nicht. Du bist nur ein Scheissgeist. Ich meine... WTF? An die Macht! Ah! Oh! Entschuldigung! Hey! Was ist denn da drin? What? Und da sind wir zwei von drei, wenn das euch ist. Yes! Ist nun gut, gell? Hätten wir hier angeschrien. Ich lasse nicht. Ne, aber wir werden von... Von fliegenden Büchern... Hemine! Ah! Hier leuchtet ein goldener Stand. Das heißt, hier im Raum kriegen wir einen goldenen Stein. Ich hab mich aufgepasst. Ich hab mich aufgepasst. Hä? Haha! Ich hab die letzten... Die letzten drei gesehen. Die letzten zwei, drei. Jetzt bauen wir uns. Wir brauchen hier so eine... So eine Eule. Eule? Da! Da ist die Eule. Ich halte meinen frei. Würde... Müsste ich jetzt auch gern lassen. Muss Steine steinen und dann muss das gehen, ja? Und jetzt werden wir sehen... Endlich machen wir es mal zwei. Und... Rote Steigenflüder. Auch super! Das ist auch ziemlich geil. Jetzt können wir nämlich die roten Steine endlich suchen. Ja. WTF? Hommi! Hä? Hä? Achso. Jetzt musst du da wahrscheinlich einfach drüber fahren. Fangen wir da drüber. Jawoll. Ah! 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 Du hast überhaupt keinen Führerschein. Haha! Ja genau! Du fährst mich irgendwann, weil ich auf dem Tisch bin. Obwohl ich auf dem Tisch bin. Oh! Schön! Und... Alicia Spinett! Ich hab' nicht mehr Ahnung, wie das überhaupt sein soll. Ich auch nicht! Das ist schön. Ich kenn' ja nicht jeden. Aber das andere Rätsel ist... Wie kommen wir hier hoch? Bestimmt ein total einfaches Rätsel. Mit einem... Nee, 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 nee. Ah! Ah! Oh! Da wollen wir auch steigen! Tja! So einfach geht das Rätsel. Ah! 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 Also doch eben... Hatte mal. Hat's wieder verloren. Ah! Ah! Würde mich mal einmal... Ich bräuchte dich. Leider. Ja. Mach klar. Ich dachte, ich könnte es alleine haben. Du musst mich da hoch transportieren. So, und jetzt holen wir uns die Ohrenstöpseln. Dann gehen wir nämlich da hoch. Wir haben nämlich zu lange gebraucht. Deswegen hat er auch gesagt... Nö. Ah! Das ist ja mal... Das ist ja mal... Zart. Das ist eine Möglichkeit, die kann ich voll verstehen. Pfff! Pfff! Volles diplomatische Reden. So, mein Freund! Die Erzwerden zugegrillt da oben! Halt! Einer nach dem anderen. Halt! 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 Ich bin heißer oder halt! Hey, du kannst es alle? rote Zauber. Natürlich. Fehlt uns nicht noch ein Hut? Kann doch nur zwei von drei, oder? Alles kaputt schießen, was geht. Das ist wirklich... Das hätte es gar nicht gehen können. Der war jetzt gut getarnt. Wir steigern uns depressiv. Und jetzt haben wir es auch geschafft. Ron ist ein bisschen kalt, deswegen geht er jetzt mit Ohren schon dann raus. Ja. Und dann hat es schon abgelegt. Anscheinend ist die Temperatur in diesem Raum viel angenehmer. Mich stört nur, dass wir den da nicht auflegen. Das ist eine Angelegenheit, die... Nein, das ist bloß. Ja, was denn? Also... 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 Oha! Also... Oha! Da ist Crackford. Ich habe Ihnen gesagt. Mann! Chips Cola, können wir das gut. Jetzt haben wir doch hier schon einiges zum Freibämsen. Ja, bestimmt. Ich gucke da und auf dich, obwohl du Harry bist und ich Ron bist und... Ich bin jetzt... Ah! Ich bin jetzt... Irritiert. Komm mal mit mir. Ja, ich komme mal mit mir. Ich komme mal mit mir. Ich komme mal mit mir. Oh, ja! Du bliebst? das schloss ein fuß pulsieren also jetzt nicht das so ein fuß pulsiert aber das ist eine sache die gefällt mir nicht im Keks die Befugung ist die Möbel alles klar alles klar ich mache jetzt nur Licht oder was? das ist ein goldener Stein Aaaaaaah das hat Sammie schlicht ein Word Aaaaaaah ich kann nicht mein Nachbarn den Schrei komm mal runter da nicht vom Becken ran springen ohne mit dir unglaublich wenn ich meinen streckenposten hier besitzt dann hast du mir nix zu lagen die Stutz voll dann runter ja das ist das schlimme wechseln so und dann denkst du so naaah sind die Stutzung naaah sind die Stutzung naaah ich sehe was die leines Aaaaaaah bitte aufhören zu laufen was kann ich denn dafür ich hab halt rote Haare ja aber muss man sich doch nicht gleich abschieben wirklich oh ja geh nochmal angeln ich hab's denn jetzt geangelt was dick ist oh ein Frosch ein Frosch ein Frosch an mir die fünf Teule oder geschießen voll klar ja ich sehe was ist irgendwas da unten ah ok Joooooo ähm ähm was denn kannst du helfen kannst du helfen kann ich den hinten mal nehmen schubs noch runter hm hm natürlich ne alles gut so offensichtlich und nur so und also müssen wir jetzt machen da war was natürlich von der seite kriegt man das nicht wer ist denn hier eigentlich alles unten im Wasser im Smoking oha ja also ich drehe doch am Rad hier drei Leute im Wasser und drei stützen so doof hier irgendwas zu machen aha hier unten also ich hab ich hab die Idee du brauchst die Idee ich lebe ich lebe noch mal Froschheit du lebst wo zum Teufel aaaaah 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 ja man ja man ja man aber ich kann haha jawoll Frosch Kart so cool das ist so cool er ist hin Frosche woher ist immer schon erstmal schießen wir alles kaputt hier wenn wir es können obwohl obwohl ihr Applaus ist gerechtfertigt hat man noch nicht so oft ich bin da hochgekommen das hat keiner gesehen jetzt fallen die ganzen Blätter da unten rein die ich kaputt schießen kann ach man ooooh meine ganzen Stutzen weg da dafür hab ich den ich muss nicht gut sehr schön ich rutsche nein 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 Hermina du bist eine feuchte Maus wo klar jetzt ich glaube ja sie ist eine feuchte Katze ew haar mach ich mal JON akin aha wie gesagt, ich feuche ein Muschi wäre es noch ein lustiger also wenn ihr denkt? hm, die denken pervers ähm, ja bible das ist sie sind da ist ein Pinguin wir sind ein bisschen anders da das Bekloppt die wir sollten dann da hochgehen die Brüder Wolkow Prozent Arnhemann die Baden genau für wen ist die zauber dran? hast du die zauber dran genommen? nö ach du kannst jetzt sein wie du willst nimmst denn du? du hast einen fletscher dann würde ich auch nicht nö nein zwei ok lass mal von her du gehst mir auf die kehlzwiebel du hast es geschafft ey du hast es du hast es ich hab den Maulwurf einfach umgebracht also nicht umgebracht nicht für die armen Tierpflege nimm nimm du hast den Kampard erscheucht weil er mehr auf die Zwiebel ging ich habe Pauli den Maulwurf verschwunden oh gibt es hier kein Lift wohl nicht oder so eine Seil waren die mich hoch und das wieder hoch ey mal jesus laufen ne das ist und jetzt gehen wir in das Zelt rein ja das war ja ich freue mich nicht mal aber wir haben es gemacht weil wir es können naja einfach mal um zu zeigen ne servus oh oh freundlich sehr freundlich fit sauf bei Harry ist immer nein genau sehr gut erkannt vor dem Pizze mich auch erst noch vornehmen jetzt kommt er rein aber du gehst vor weil du das ist ja dein Job das ist mein Job so gut wie ...? wenn das ist mein Job ist der